Musik Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute haben wir bei den Autowidmer 40 Jahre Peugeot. Und Alisand Kustschu ist hier schnell vorbei gekommen und das neue Sponsoren. Und das Diplom hat er natürlich auch mitgebracht. Musik Ich möchte im Namen der Peugeot-Familie an Roger Widmer ein ganz grosses Dankeschön für die 40 Jahre sagen. Danke für morgen. Und der MCC natürlich. Musik Danke für den Mal, schön bist du hier. Und danke für das neue, was du uns gebracht hast. Das sehen wir nach hinten. Sensationell. Sehr schön. Dankeschön. Musik 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 Alle Mitarbeiter, die heute hier sind, sind 101 Jahre Peugeot-Erfahrung, Björk. Musik Wir erinnern uns alles zu neu. Dafür möchten wir herzlich danken. Musik Musik Meine Eltern, die Angela und der Heinz Wittmer, die haben in 1980 diesen Betrieb gegründet. Aufgrund des Standwurts, hier bei uns in der Weide in Gretzenbach, hat mir den Namen auf Weide Garage, Heinz Wittmer, benannt. Musik Musik In 1998 bin ich als gelerter Auto-Elektriker, hier als Automechaniker in Betrieb gekommen. Musik Musik Ich bin als Schrauber eingestellt worden. Musik Musik Und die hat dann geheissen Weide Garage, Widmer und Partner. Musik Wir sind hier in Gretzenbach sehr ländlich gelegen. Unsere Kunden suchen einen persönlichen Kontakt. Sie suchen eine super korrekte Arbeit zu fairen Preisen. Musik Genau hier liegt unsere Stärke. Musik Und eine persönliche Nähe. Durch das können wir unseren Fortbestand und unsere Existenz sicherstellen. Musik Musik Danke vielmals Arnie für das Flottes 9. Und das war es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell. Alles Gute. Danke. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.